Hallo und herzlich willkommen zurück, Zuschauer, man, King Master of the Spurs, wir sind beim Einkampf gegen ihn und jetzt. Oh, Leute. Ja, vergessen. Oh, nochmal, Spal. Was mache ich da? Und jetzt schicht er seine Feuerbälle wieder auf mich. Okay, merke ich mir... Oh, das habe ich mir jetzt nicht gemerkt. Egal, bleibt mal liegen, Jo. Oh, ich will jetzt meine Hamburger noch sparen. Oh, Mann. Okay, jetzt muss ich deinen Hamburger öpfern, aber den will ich jetzt mehr aufspa... Nochmal Feuerbälle. Was ist so... Ein Spinnennütz. Nein! Nochmal aufladen, okay. Jetzt macht er seine Feuerbälle. Und jetzt, hey, Stay, der ist hier. Okay. Okay. Okay, speichern wir. Leute, das ist jetzt gerade so spannend. Nein! Oh, Mann, Leute! Okay, jetzt hat er eine Spinnennütze oder was ist das auch wahr? Lecker mal. Oh, lol. Fuck! Komm! Nein! Oh, Leute! Okay. Oh, Mann! Ah, ich hab jetzt gar nichts mehr zum Essen! Oh, Leute! Oh, was macht... Oh, komm schon, hör auf deine... Ja! Ich hab's gepackt! Leute! Wir haben's geschafft! Ich hab's gepackt! Oh, mein Gott! Ich hab's bis... Ich hab's englisch gepackt! Mein erstes Last Play, wobei er endet ist... Ja! Wie, wie... Wie? Ich bin der Schamanenkönig! Wie kann du so ein kleiner Floh wie du mich besiegen? Du bist mit... Mitgefühl haben... Du musst mitgefühl haben! Die Kraft eines Schamanen kommt aus seinem Herzen, nicht aus dem Zorn. Und jetzt ist die... Besuchzeit vorbei! Mein Körper, er verschwindet! Hilf mir, bitte! Ich will nicht zurück in die Finsternis! Hilf mir! Tschüss! Wir haben's gepackt! Leute! Ich bin... Ich bin... Erstaunt! Mein erstes Last Play, wo zu Ende ist! Und jetzt muss ich ein Fazit geben! Ich find das Spiel... Super! Ja, am Anfang, ja! Das ist mein allererstes Last Play! Ihr wisst das! Hat man ja schon im Part 1 gesehen bei... Hallo und herzlich willkommen! Ja, Leute! Es ist vorbei! Mit Schamanen, König, König, King! Und jetzt ist noch... Pflanzen gegen Zombies und Pokémon! Ja, und vielleicht kommt ein neues Spiel! Mal sehen! Mal sehen! Jetzt ist es vorbei, Kinders! Mein Fazit... Achso, ich muss es ja noch sagen... Ich hab's total... Mein Fazit ist, das Spiel ist super, aber... Wer Nerven hat, soll das Spiel spielen! Wer keine Nerven hat, soll lieber was anderes spielen! Wie, was? Zum Beispiel mit Tetris? Ne, ne! Leute, es ist vorbei mit Schamanen... Schamanen King! Und jetzt nur noch Pokémon und Pflanzen gegen Zombies und vielleicht ein neues Spiel! Jetzt sehen wir das Abspann hier! Und ich bin froh, dass ich's durchgepackt habe! Mit euch allen zusammen! Leute! Ich bin glücklich! Wir haben's geschafft! Außer, dass ich fast meine Nerven verloren hätte! Ich hätte fast gesagt, ich will das Spiel nicht mehr spielen! Aber ich hab's gespielt! Und wir haben's gepackt! Ich bin glücklich! Jetzt kommen nur noch zwei Paar Pokémon! Und dann mach ich eine Pause! Mal sehen, ob ich später dann noch... ...ne Pflanzen gegen Zombies spiele oder auch nicht! Alle Freunde sehen wir jetzt hier! Ich bin glücklich! Mein erstes Let's Play, wo abgeschlossen ist! Ja, vielleicht spiel ich noch Assassin's Creed! Oder auch nicht! Mal sehen, ob Fraps da mitmacht! Ich hab Fraps noch in der Demo-Version! Nur Demo! Mal sehen! Ich will mir werden's sehen! Ja... Jetzt sehen wir den Abspann! Ich weiß nicht, was ich jetzt sagen soll! Außer... Yay! Wir haben's geschafft! Da ist Bazon! Da ist Renn! Bum, 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 bum! Ich bin glücklich! Seid ihr's auch! Schaman King ist vorbei! Und dann kommt bestimmt der zweite Teil noch! Der zweite Teil von Schaman King! Master of the Spirits 2! Es gibt ja auch einen zweiten Teil! Ich hab davon ein Let's Play gesehen! Der Let's Player muss das leider bei einem bestimmten Teil abbrechen, weil... Seine Daten, seine Speicherdaten vorbei, äh... Er hat seine Speicherdaten verloren, deswegen... Aber ich werd's Let's Playen! Oder mal sehen, vielleicht auch Let's Racen oder so... Mal sehen, vielleicht wird gegen mich jemand kämpfen oder so... Ach, Kämpfen, ja... Let's Racen oder Let's Battle oder so halt machen... Das würde mich freuen, wenn mich jemand rausfordern würde... Zu einem Spiel... Aber ich hab leider keine Wii oder Xbox oder PS3, PS2 oder so... Konsolen hab ich hier leider nicht, ich kann nur Wii-Emulator spielen oder Gamecube-Emulator... Das ist nur das Einzige, was ich machen kann... Mal sehen, vielleicht freut mich jemand raus, vielleicht auch nicht... Leute, es ist vorbei... Da ist Manta, Anna... Äh... Joos Schutzgeist, jetzt hab ich den Namen vergessen... Es ist vorbei... Wir haben's geschafft... Wir haben Mephias geschlagen und Magister... Äh, nee, erst Magister und dann Mephias... Schamanen-King... Schamanen... Schamanen-King ist vorbei... Ich freu mich... Das Ende... Ich kann jetzt... Ich... Ich bin glücklich... Mein erster erstes abgeschlossenes Let's Play... Heute abgeschlossen... Ich freu mich... Für euch mach ich Let's Plays weiter... Für euch... Ich bin glücklich... Ihr seid's bestimmt da... Und da sind noch die Neben-Ande... Neben-Charakter... Hä? Warum bleibt Manta stehen? Oh... Ich weiß auch nicht, wieso es liegt... Und so wurden der Plan von Magister und... Mit vereinten Kräften verteilt... Vereitelt... Und die Bedrohung durch Mephias abgewandelt... Das Schamanen-Turnier ging weiter... Und alles lief reibungslos... Jo hat mir die Geschichte Magisters erzählt... Sie war ziemlich traurig... Alle einschließlich... Alle einschließlich... Jo versuchten nicht darüber nachzudenken... Aber noch sind wir nicht aus dem Schneider... Schließlich treibt Seki nach... Wie vor sein Unwesen... Doch fürs erste Albert... Jo wieder mit seinen Freunden herum... Er hat sich kein bisschen verändert... Leute... Jo... Hat das... Jo hat es dir Hilfe Anas und seiner Freunde zu verdanken... Dass er so stark ist... Und ich bin mir sicher... Dass er auf bestem Wege ist... Der größte Schamanenkönig zu werden... Den es je gab... Ich bin... Gerührt... Finn für Ende... Es ist vorbei... Leute... Glückwunsch... Danke... Oh... Hm... Hm... Geist des Feuers... Äh... Lol... Äh... Ja... Und weiter... Achso... Spielstand speichern... Ja... Auch weil es nicht klappt... Ich mach mal hier noch ins nächste... Leute... Es ist vorbei... Und wir sehen uns im nächsten... Bei einem nächsten Projekt... Ciao... Ciao... Ei소... Emily... Lebend... Papier... Tokier... Erf... le... coldu... ist... Wir...